Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Mann C4. So, dann haben wir eben hier, dass der RTW an der Wache ist. Also da hat man einen Enter sehr offen, den ich hier gerade mal schnell abgeschlossen hab, damit ich hier mal normal moderieren kann. So, haben wir den hier auch einmal abgeschlossen. Und dann geht's da mal weiter. Wenn wir mal gucken, ob wir für die Jungs den Mike offen haben. Und gehen wir gleich mal in Arbeit. Okay, den Container haben wir schon abgeladen. Jo, was hieß jetzt hier? Ja. VU, Autobahn. 19. Mit einem Opfer aufhören. 19. Äh, alarmieren wir gleich mal in RTH hin. 19. 19. Oh Gott. 20. Klima. Vergessenwahl. 25. Ah, den kann ich ja. 17. 20. Gerade nicht mal. So, anfangen wir gleich. 17. Schon unterwegs. 20. 21. 21. 17 Stetige Roger sofort Super Bin unterwegs Ok, jetzt muss ich die eine zweite mal herstellen, denn hier sind sie gerade am liebsten Platz ab Was gibt's? Führe Ja? Ja 10 Auf dem Weg 25 Brustwagen hier aufstellen 10 10 10 Oh, das Gotti soll mal helfen 25 10 10 Victor Höhre Höhre Ja Höhre Ok Ist in Arbeit Ich bin unterwegs Solo Auf dem Weg Ja Auf dem Weg Auf dem Weg Auf dem Weg Auf dem Weg Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Höre Wird gemacht Wird gemacht Ja Höhre Höhre Ist in Arbeit? Ich bin unterwegs Ich bin unterwegs Ja Ich bin unterwegs Ich bin unterwegs Ich bin unterwegs Ja Höhre So, die Autobahnpolizei müssten wir erst innen, ja. Rühre, schon unterwegs. Klima. Wiederzuweidung kann. Auf dem Weg. Klima. Soll ich hier mal hinstellen? Ja, schon unterwegs. Ja? Jetzt sind wir beide hier mit ihm. Und er habe ich nicht. Ja? Zehn. Und go. Höre. Auf dem Weg. Zehn. Okay. Du kriegst gleich auch mal einen Notarzt und so. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Dann fahren wir aber gleich weiter. Höre. Abschleppern. Höre. Dann machen wir hier gleich die Fahrbahn frei. Ich weiß gar nicht, ob der Schlepper durchbaut. Doch, ich habe den Standstreifen, ja. Über den Standstreifen müsste das gehen. Auf dem Weg. Solo. Einmal einrücken die Jungs der Feuerwehr. Wenn die hier auch schon ein bisschen gebraucht. Prima. Ja? Wird ausgeführt. Was gibt's? Bin unterwegs. Zehn. Zehn. Wird. So. 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 Wo ist die Tür? So. 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 Ich glaube der RTW fliegt gerade den Weg nicht ganz. Zehn. Auf dem Weg. Gucken, wenn ich nochmal was hinkriegt. Zehn. Jetzt muss das Rante wieder schaffen. Ja? Die Polizei kann hier schon mal die ganze Pälohne wieder mitnehmen. Sire. Schon unterwegs? Der hat ja eine RTW für Probleme. Kommt ja immer noch nicht vorbei. Ja? Wird umgehend durchgeführt. Ja? 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 Ich hab' die Fischenlage an. 19. Und den Verkehr über die linke Fahrbahn fliegt. Wie ist das denn auch nicht? 17 19 19 ich weiß nicht warum der im gegenverkehr gerade fährt wir sperren ihn dir einfach ja hat er jetzt richtig bei wer ja mal schön wenn 19 nicht die 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 Und nochmal eben eine Vollsperre, damit der hier zurückkollern kann. Sonst findet der nie seinen Weg zurück. Schon wieder? Ja, diesmal hier oben. November. Verkehrsumfahr. November. Fünf. Tango. Nince. Fünf. 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 Oh, mein Gott, weh. Polo. Achtung. Schon unterwegs. Achtung. Tango. Auf die Weg. Mama riep den Sperre. November. Höre. 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 Zwo. Ja. Alles klar. 19. Uniform. Was gibt's? Ende. Was gibt's? Wird gemacht. Was gibt's? Tango. Höre. Zack, zack. Ja? Ja? Ich weiß gar nicht wie viele Prozent mehr. Auf dem Weg. Let's go. Höre. Ich bin unterwegs. Bin unterwegs. Also mal den Weg packen, aber... Ja. Ah, no. Auf dem Weg. Uniform. Ende. Höre. Ja. Ja. Los geht's. Jawohl. Höre. Ja. Schon unterwegs. Höre. 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 äh, da brauch ich jedenfalls noch nen RTG 19, 19 einfach sicher als halber 19, 19 Victor Ja? Ja? Bin unterwegs Was gibt's auf dem Weg? Ja 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 Los geht's Ach, das hört sich nicht gut an mit dem DG Wird gemacht Bei der zweiten RTG können wir schon mal abbestellen Höre 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 Ja? Ja 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 Bin unterwegs Was gibt's? Machen wir mal die Lampfen Machen wir mal die Lampfen Was gibt's? Höre Okay Höre Okay Ja Ja Wird umgehen durchgeführt 10 durchgeführt 8 1 November 2 Mal Solo Ja Bestätige Solo 2 Mal Whisky 5 Höre Schon unterwegs Whisky 5 Also eigentlich können die so hier Zack Blaulicht aus Wir warten noch auf den Schlepper Dann können die jetzt schon mal Irgendwann mal gesperren 8 Wie sieht das aus Können die jetzt ganz kurz raus Vor allem in dem Tempo Höre Auf dem Weg Ach Fahrt mal bitte mit Sonderricht Auf dem Weg So Hier ruft man die Stadt Ende 101 21 Was gibt's? Tageholen Tageholen Ja Bin unterwegs Wird umgehend durchgeführt Wird umgehend durchgeführt Tageholen 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 21 21 21 21 Sack 21 Oh, mein Gott. Höre, wird umgehen. 21. Das ist auch. Time to go. Aufbau. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Dann sage ich, schau. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.